Der Buchmarkt ist gewohnt ein Trümmerhaufen, insbesondere in Deutschland, aber das hält uns nicht vom Schreiben ab. Die Unfertigen Ein Zitat aus dem Buch Die Qualität eines Augenblicks ist stets davon abhängig, wie stark man einen Sitzen hat. Das ist wichtig. Der Fortbestand der Zivilisation hängt davon ab. Wie sonst sollen Frauen noch schwanger werden in dieser hektischen, misstrauischen Zeit? Diese Geschichte handelt von Sex, sie handelt von Freundschaft und sie handelt von München. Trixie, Kevin und Gordon teilen sich eine Wohnung in München. Trixie ist eine Hobbyhure, Kevin ein schwuler Stricher, Gordon ist ein gealterter Lebenskünstler, der zwar alles auf der Welt gesehen hatte, doch erfolglos geblieben ist. Trixie hat eines Tages eine Idee. Sie lässt sich in Österreich von einem Arzt ihr Hümen wiederherstellen, um ihre Jungfräulichkeit für viel Geld an einen reichen Araber zu verkaufen. Doch dafür braucht sie die Hilfe ihrer beiden Mitbewohner. Und erwartungsgemäß läuft nicht alles nach Plan. Dies ist also eine freche, subversive Geschichte, die München, Schickimickis und Gentrifizierung gleichermaßen auf die Schippe nimmt, aber auch die hypersexualisierte Gesellschaft und ihre sichtlich verdümmenden Dimensionen. Eine perfekte eskapistische Ablenkung in der präapokalyptischen Ära. Schmunzle noch ein einziges Mal, bevor diese Zivilisation krachend in den Abgrund stürzt. Zu finden nun einerseits in meinem obskuren E-Shop, oder, wenn es sich nicht anders vermeiden lässt, auf der Zombie-Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist. Und nun weiter mit unserem Programm. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Zu fremden Gestaden, meiner kleinen, unscheinbaren Videoserie über Corto Maltese. Und wir sind tief im dritten Band, Corto toujours un peu plus loin und immer ein Stück weiter. Und sind hier bei der elften Geschichte, bei der vorletzten Geschichte, die den Titel trägt, die Lagune der schönen Träume. Und das schauen wir uns doch mal kurz an. Der Schauplatz dieser Geschichte ist nur etwas weiter südlich, im Delta des riesigen Flusses Orinoco, irgendwo im heutigen Grenzgebiet zwischen Venezuela und Guayana. Und dies ist eine extrem psychedelische Geschichte, geradezu beladen mit Symbolismus und verschlüsselten Botschaften. Das ist etwas, was Hugo Pratt gerne zwischendrin mal einschob. Und es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass so eine Comic-Erzählung mittendrin in der PIV-Zeitschrift erschienen war. Das hat fast schon etwas Schockierendes. Hier begegnen wir also einem britischen Offizier namens Robin, der hier gestrandet ist und bei den Eingeborenen lebt. Der Brite hat vollkommen den Kontakt zur Realität verloren und vegetiert in einer Welt aus Erinnerungen und Halluzinationen. Es wird nicht ganz klar, ob dies einfach nur daherkommt, weil er durch irgendeine traumatische Erfahrung an der Kriegsfront den Verstand verloren hat. Oder ob er von den Eingeborenen ständig mit irgendeiner psychedelischen Droge abgefüllt wird, damit er sie sozusagen anpassen kann oder einfach benimmt. Und es wäre auch möglich, dass es eine Mischung aus beidem ist. Hier tritt also Corto Maltese ein wenig in den Hintergrund. Das hier ist eine verstörende, extrem surreale Story, die von alltäglichen Sehnsüchten eines von Krieg dramatisierten Soldaten handelt. Und das meine ich damit, dass das wirklich extrem abgefahren ist, sich vorzustellen, dass diese mit Halluzinationen beladene Geschichte ausgerechnet in Piff erschienen war, auf Fortsetzung. Es musste ja in den Heften wie ein rostiger Nagel herausgeragt haben. Doch das macht es auch irgendwie faszinierend. Und unser Protagonist Robin hat allerlei Begegnungen mit Menschen aus seiner Vergangenheit, aus seiner Jugend. Und das ist letztendlich das zentrale Motiv dieser Geschichte. Ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass dies vermutlich eine der traurigsten Geschichten ist, die Hugo Pratt gezeichnet hat. Also hier nimmt er deutlich Abstand von seinem nostalgischen, romantischen Stil und behandelt allesamt ernste Themen wie Verlust und Erlösung. Etwas, was ihm auf jeden Fall menschlich gar nicht so fremd war, da er letztendlich inmitten des Krieges aufgewachsen war und den Krieg in ganz unterschiedlichen Ländern erlebt und erfahren hatte. Angefangen mit Äthiopien und dann natürlich in seiner Heimat in Italien. Das Thema Kriegstrauma in einer Comicsgeschichte zu behandeln, war damals eine relativ neuartige, originelle Idee. Comics waren ja zu dem Zeitpunkt noch immer wenig ernste Angelegenheiten. Und obwohl es gerade in den USA einen ganzen Zweig der Comicsindustrie gab, der sich nur mit Militarika beschäftigte und mit Soldaten und dem Zweiten Weltkrieg, aber das war mehr eine Art von Fetischisierung für Jugendliche und Erwachsene. Also eher eine heroische Verklärung. Und nach heutigem Dafürhalten erscheint dieser Ansatz hier extrem modern. Heute finden wir natürlich eine Menge Comics, die diese Art von Sozialkritik besitzen und letztendlich auch eine eindeutige Positionierung zugunsten des Friedens und gegen die Kriegstreiberei darstellen. Davon findet man heute einiges. Aber damals war das noch ein sehr, sehr origineller Ansatz. Und konnte ja auch nur von jemandem umgesetzt werden, der dafür die entsprechende Lebenserfahrung und Gravitas besaß. Ist das eine Geschichte von Hugo Pratt und Corto Maltese, die ich jetzt gerne wieder mal lesen würde? Das kann ich leider nicht so bejahen. Dafür ist es doch alles sehr, sehr traurig. Und letztendlich aber auch faszinierend. Es gibt eben diese Idee, die da drin steckt, dass eben diese magische Qualität dieses rätselhaften Ortes im südamerikanischen Urwald mit seinen Indios und mit seinen Schamanen das Potenzial besitzt, diesen seelisch zerstörten Europäer letztendlich zu erlösen. Also auf eine seltsame Art und Weise scheint er durchaus ein positiver Sonnenschein und ein Strahl der Sonne durch all diese Traurigkeit hindurch. Wenn auch diese Art von Happy End nur dadurch zu erlangen ist, dass der Protagonist letztendlich stirbt. Das Ganze ist sicherlich auch eine Antithese zu jenem Narrativ, das zum Beispiel Peter Scholler-Thur seinerzeit immer sehr gerne im deutschen Fernsehen behandelte, indem er immer wieder erzählte, dass eben seine Generation, die aus dem Zweiten Weltkrieg rauskam, ja gar nicht über sowas wie PTSD und Kriegstrauma nachdachte. Das sei eben etwas Modernes, was scheinbar so nur dem modernen Menschen, der aus dem Irak-Krieg rauskommt oder aus dem Afghanistan-Krieg zustößt. Ich glaube nicht, dass Peter Scholler-Thur da so gänzlich recht hatte. Ich glaube eher, dass die Wahrheit ist, dass die Menschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg oder eben hier aus dem Ersten Weltkrieg rauskamen, genauso traumatisiert waren wie in allen anderen Zeiten. Es war ja nur eine andere Ära in dem Sinne, als dass man dazu neigte, das eher unter den Teppich zu kehren und das als eine wenig akzeptierte Angelegenheit behandelt wurde. Und ich denke mal, da könnten wahrscheinlich auch eine Menge deutscher Familien, die dann mit einem Ostfront-Rückkehrer, der erst viele Jahre später aus der sowjetischen Gefangenschaft in Deutschland eintraf und sich dann wieder in die Familie eingliederte. Ich glaube, da könnten einige deutsche Familien ihre Geschichte darüber erzählen. Also das spricht auch wieder für Hugo Pratt, dass er für diese Themen in einer Zeit ein Gespür besaß, als das noch gar nicht so in aller Deutlichkeit in der Öffentlichkeit behandelt wurde. Und bevor ich mich hier um Kopf und Kragen quatsche, machen wir jetzt erstmal Schluss. Und im nächsten Video werde ich mich dann mit der letzten Geschichte beschäftigen von und immer ein Stück weiter Corte toujours un peu plus loin mit dem Titel Fabeln und Großväter. Im Original hieß das Noni e Fiabe und dazu dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.